Schnell töten. Ja, klar, jetzt zwei mitgenommen. Ja, der ist ziemlich hart. Nehmt, wie ich das sehe. Aber den habe ich auch gleich. So, dann haben wir auch. Cool. Wir haben sie alle schon ausgenockt. Dann geht es hier weiter. Wechselbooster. Wechselbooster. Was bringt denn das? Sag hallo, YouTube. Äh, warum, Jume? Übrigens, hi. Schön, dass du mal da bist. Ich dachte gerade, heute kommt irgendwie keiner zum Swim. Aber du hast schon den epischen Teil verpasst, leider. Das Ewigste kam schon. So, bin ich. Falscher Weg schon mal wieder. Oh ja, schön. Boom. Und stirb. Übrigens, Jume, ist euch aufgefallen, dass heute irgendwie die Twitch-Up hier heute irgendwie ein bisschen Probleme hat. Also teilweise stimmen die Zahlen auf dem Dashboard gar nicht mehr. Oh, was, ich kann wieder verarschen, du hässliche Truhe. Stirb. Was? Alter. Was ist das für ein schwarzes Monster? Jetzt schnell gucken. Äh. Ich dachte gerade, was ist da los? Warum hänge ich schon wieder? Ja, ist nur ein Twitch-Up, mehr nicht. Okay, wenn es das ist. Gut, dass zumindest noch der Chat funktioniert, weil der noch spinnen wird, das war ja absolut komisch. Wie sieht er denn an? Und töte ihn. Wow. Wer hat mich aufgehalten? Ich habe mich doch gerade immer gefistet hier. Stimmt, du, ja. Oh ja, schön. Alle auslöschen. Und noch mehr XP, noch mehr Burst Points. Ich glaube, das wird heute Level abstregen. Warum welche Level habe ich eigentlich gerade in Circo? Mann, ich habe heute eigentlich heute Level wie 100 anstreben. Das kann ich wahrscheinlich schon heute vergessen. Da muss ich ja übelst Burst Points rein investieren, um Level 400 zu kriegen. Vielleicht um die 100.000, da komme ich bestimmt drauf. Der Muffer ist ein bisschen unnötig, aber... Ja, ist mir jetzt auch egal. Jetzt mal kurz auf die Karte schauen. Wofür denn der Weg hier, wenn ich jetzt nach links abbiege? Ach, da kommt man gar nicht lang. Also ist es von den Ebenen her wieder anders, ich verstehe. Dann darf ich jetzt wahrscheinlich den gesamten Weg wieder zurückfliegen, wie ich es ja gewohnt bin, und dann den anderen Weg erkunden, Richtung Boss. Ich habe heute voll den Kater, war bis frühmorgens saufen gewesen. Was? Jume! Na gut, eben, du bist erwachsen, alles klar. Weil, ich habe mal nicht gesoffen oder sonstiges. Bin irgendwie nicht so der Typ. Ich habe eine fette Abneigung gegen Wein, eine fette Abneigung gegen Bier und Alkohol in allem. Also es ist komisch bei mir. Aber naja, hier das anders. So, jetzt muss ich gucken. Rechts komme ich zum Boss, das heißt, ich muss links abbiegen. So, ich zerstöre euch auf die brutalste Art. Jopp, du wolltest gar nicht sterben. Das nehme ich einfach mal so entgegen. Ich bin 21 Jahre alt, ich darf das. Ja, darfst du. Wee, zerstört. Ich freue mich immer noch, warum die Level 220 haben. 240 oder 260 wäre mir die ganze Zeit lieber gewesen, so konstant. Weil, dann würde ich richtig XP kriegen, in Massen. Aber naja, ist das Spiel. Ich frage sie, weil nicht. Doppelleiche. Halt, warte, der lebt noch? Der hat nicht wirklich den Angriff überlebt. Ah. Komm her. Das gibt Ärger. Ich hätte nie vorgehabt, eine Vorbildfunktion zu sein. Verstehe. Was kommt jetzt hier? Drohen. So, testen wir erstmal aus. Ist ja eh alles Fake-Drohne, also von daher. Zerfaken wir die mal. Wow, Kaffee-Datch hat gelevelt. Geil. Ich könnte es ja auch mit meiner Level-Methode hier trainieren, aber, ähm, ja. So geht es auch mal. Habe jetzt privat einige Quests abgeschlossen. Das waren einige. So, jetzt darf ich wieder zu einem Weg zurückfliegen. Das ist lustig. Eigentlich nicht. Mal kurz die Karte gucken. Ich muss jetzt da vorne links abbiegen, um jetzt zum nächsten Punkt zu kommen. Abbiegung. Rechts. Und wirst du heute eigentlich auch noch streamen, Jume, oder? Sagst du, ähm, ja, ist heute ein bisschen scheiße. Mal sehen. Ich falle diesmal nicht rein. Warum sind hier so viele Fake-Drohnen? Links ist nix. Geradeaus bestimmt ja auch. Nix. Ähm, okay, ich habe mich gehört. Hier sind Gegner. Okay, die gehen jetzt auch gerade zugrunde hier. Ich finde, es geht die Eclipse irgendwie zu... Nice. Das ist so krank. Fake News. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Vor allem, Jume, du hast den krassen Bosskampf am Anfang des Streamtoppers. Ich war kurz vom Verrecken. Und hast du ganz knapp geschafft, weil noch die Laserlanze durchgegangen ist. Ansonsten wäre ich verreckt. Aber siehst du halt auch auf YouTube, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist. Ja. Was ist... Der lebt immer noch trotzdem. Was ist das für ein Monster? Weißt du, ich darf das Drachen halt dann endlich mal benutzen und hier... So, kann ich noch mehr Power geben, als er jetzt schon hat. Waffenrang 5. Boah, das ist ja krank. Hast du gegen Donald Trump gekämpft, oder was? Ähm... Ne, gegen Purple Thorn, aber das hast du glaub ich nicht gesehen. Ich glaub, du hast doch schon da weggeschalten. Im letzten Excel World's World Online Livestream. Als es soweit war. Ja, ich hab ja dieses eine Rese gemacht, wo ich halt dieses Portal finden musste und... Ja... Am Ende Streams hab ich dann richtig gefunden, hab dann alles freigeschalten und dann... Anfang dieses Streams bin ich dann zum Bosskampf gegangen und hab den dann zerstört, aber... Der hat mich vorher richtig zerstört. Und mit richtig zerstört, mein ich wirklich richtig zerstört. Ich bin einmal fast verreckt. Und dann hab der mit Graffiti-Strom gekämpft, irgendwie hier... Die Ektrisi-Tropfen zu benutzen. Was ist ein Triple Kill? Ne. Warum lasst ihr mir keinen Triple Kill machen? Ich will mal dribbeln hier. Ach, du Org-Verteidiger. Geh mir nicht auf den Sack. Stirb doch mal eigentlich. Im letzten Mal war ich gar nicht daheim. Wirklich? Ich weiß nicht genau, ist auch schon eine Weile her. Naja, ich weiß nicht, aber wann war eigentlich der letzte Excel-Verb, das war nur ein Livestream? Muss ich das mal gucken, im Backup. Weil ich hab ja nämlich noch die Stream-Aufzeichnung. Und da steht sie auch dran, weil ich sie runtergeladen hab. Das war ja direkt 10 Minuten nach dem Stream. Obwohl, lustigerweise ist da nämlich dann das Mikrofon 20 Minuten vor Ende abgeschmiert. Also der Treiber zumindest. Und ich muss das immer noch nachkommentieren, den Rest. Aber... Naja, das ist nicht das Schlimme. Sagen, dass es jetzt nicht nochmal ausfällt. Scheiße, wenn es für meine Soundkarte keine neuen Treiber gibt, aber... Naja... Für Kürtel ist meine Zeit. Wow, Level 300! Take this, bitch! Wow! Wow, meine Fresse, bist du stark! Yeah! Zerfisst du umher! Und jetzt! Das war jetzt richtig krass, die Kombo! Boah! Ja! Leck mich! Komm her! Du ähm... Muning! Oder... Keine Ahnung! Stopp! Ein Drachenherz! Meine Fresse, das ist geil! Das ist jetzt richtig geil! Weißt du, wenn ich mit Drachenherzen kann ich dann hier Silver Crow und die anderen Bürstungen so hart upgraden? Beispielsweise brauche ich eins für Waffen Rang 5, damit es so richtig hier abgeht. Und das kann er jetzt auch. So, jetzt müssen wir schauen, wo der nächste König ist, den ich hier auslöschen muss. Dann schaffe ich mir noch einen zu erledigen, bevor es 17 Uhr ist. Mal kurz auf die Karte gucken. Na, schauen wir erstmal um, ob wir noch irgendeinen finden. Mal kurz aus. Mal kurz aus.